Liebe Zürcherinnen, liebe Zürcher! In den letzten Wochen und Monaten haben wir viel erreicht. Gemeinsam haben wir es geschafft, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aber die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir müssen sehr sorgfältig und aufmerksam dranbleiben. Wir sind weiterhin alle gefordert. In dieser besonderen Zeit müssen wir uns an neue Normalitäten gewöhnen. Z.B. an Plexiglas in den Geschäften und im Restaurant oder an Masken im Tram. Auf der anderen Seite, dank diesen Schutzmassnahmen, können wir auch viele Sachen wieder geniessen. Essen Sie mit Ihren Lieben im Restaurant, gehen Sie in die Bade oder ins Kino, verwöhnen Sie sich in den Läden in Ihrem Quartier. Tünen Sie sich etwas zu lieb und unterstützen Sie damit auch unsere lokale Wirtschaft. Die Freiheiten, die wir endlich wieder haben, sind toll. Sie locken uns alle. Jetzt gilt es, das richtige Mass zu finden. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Wir müssen aufmerksam bleiben, damit wir unsere bisherigen Erfolge jetzt nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen. Schützen Sie sich und andere ein. Bitte halten Sie weiterhin Abstand. Waschen Sie die Hände. Tragen Sie eine Maske im ÖV und wenn Sie die Distanz zu anderen nicht einhalten können. Gehen Sie, die gefragt haben, z.B. in Clubs oder bei Veranstaltungen, Ihre korrekten und vollständigen Kontaktdaten an. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein, insbesondere wenn Sie regelmässig in engem Kontakt mit besonders geförderten Personen sind. Und nutzen Sie bitte unbedingt die SwissCovid-App. Denn je mehr Personen diese App installieren und verwendet, umso wirksamer unterstützt Sie die Eindämmung des Coronavirus. Es braucht uns jetzt alle. Bleiben wir dran. Halten wir uns an die Regeln und verhindern wir gemeinsam einen zweiten Lockdown. Die Sommerferienzeit steht vor der Tür. Wir wollen die Zeit geniessen, aber wir müssen für die Abstands- und die Hygieneregeln weiterhin einhalten. Ich, meine Kollegin und meine Kollegen im Stadtrat wünsche Ihnen allen von Herzen einen schönen Sommer. Erholen Sie sich. Lassen Sie es sich gut gehen. Trägen Sie Sorge zu sich und zu Ihren Lieben. Und bleiben Sie gesund.